Yo Leute, was geht ab? Ich bin Sammy wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir eine neue Herausforderung. Ebscher Auftrag Woche 10 und zwar Nutzen Greif-Otron oder Traktorstrahl um Traktor zu Heumischels Farm zu bringen. Und 30.000 XP einmal und in diesem Video machen wir das zusammen. Auf der Karte ist das ganz genau hier im Kornikomplex in diesem großen Gebäude. Da steht immer eine Untertaste und ihr könnt es auch mit einem Greif-Otron machen. Die Gegenstände hin und her zieht und in diesem Video machen wir das zusammen. Bis gleich Leute. Leute, hier hießen wir schon eine Runde und wir sind wie gesagt im Kornikomplex. Dann im I.O. Haus gibt es dann immer eine Untertaste und da müssen wir einsteigen. Dann sind es diese Traktor, den wir heben oder ziehen müssen. Sekunde. Also es gibt es hier einen, hier. Oder es gibt es hier noch einen. Einfach mal hier ziehen. Bei euch ist es L1 oder so. Dann wir sind hier. Dann geht ihr einfach hier. Das ist Heumischels Farm. Und dann einfach nachher hingehen. Runter. Dann das einfach loslassen. Hier. Zack. Losgelassen. Und zack kam wieder auch so ein abgeschlossen, Leute. Und schaut, wie es euch gefallen, Leute. Tragt auch gerne meinen Creator-Code in den Item-Shop ein. Time- unterstrich. Bitte unterstrich. Kemmer. Ich würde mich echt sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, zum Beispiel ein Video. Und ciao. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.